Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode Let's Play Chief T Season 2 Set Nr. 3 auf die PBE ab in die Queue. Yo dawg! Ja, letztes Jahrhundert wurde ein bisschen mit Krone auseinandergesetzt und ich musste doch auch einsehen, dass wenn du die Pieces alle zusammen bekommst und theoretisch wenn wir die alle hätten früher zusammen bekommen können, wenn wir die alle schon hätten irgendwie upraten können, kann ich mir vorstellen, dass wir auch durchaus noch länger durchgehalten hätten, ja. Das war halt ein bisschen bad luck wieder mal. Aber an für sich ist es halt, es ist basically wie damals in Set 2 und auch in Set 1 schon die Ranger. Der pure Tech Speed und DPS ist halt einfach so insane, dann hast du teilweise sehr sehr starke Chess Pieces als unique mit dabei, die mit ihrem Skill nochmal irgendwie extra, Synergien damit oder reinböllern. Wukong beispielsweise als Disruptor kann halt das ganze Feld einmal hochknocken, was schon ziemlich krass ist. Catelyn's Ace in the Hole macht ziemlich damage, also ziemlich krassen damage. Bei SV habe ich jetzt nicht ganz darauf geachtet, aber das ist schon ordentlich. So, und jetzt wollte ich diese Runde mal auf Dings hinaus, ne. Auf Blum Blum Makeup Pilot. Jetzt müssen wir gerade gucken, ab welchen Kost die alle so kommen und was die für zwei Typen haben. So, Annie, zwei Rumble, drei und vier Gold kostet Fizz. Äh, so. Ich meine Rumble war Demolisher, Infiltrator ist Fizz, was Sinn macht. Und Annie war? Nee, war Sorcerer, kann das sein? Bup, 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 bup. Ja, die war Sorcerer. Das heißt, ich könnte diese Runde mal auf Infiltrator gehen und versuchen mir den Mech zusammen zu kriegen. Beim Infiltrator scheint ja irgendwie so das aktuelle, ähm, Dingens zu sein. Assassin, und, äh, das interessiert mich doch durchaus auch. Weil, wie gesagt, ich fand das Konzept halt cool, dass es, ähm, hier nicht reiner Kritz und Kritz, also Kritz Chance und Kritz Schaden ist, der durch den Boni erhöht wird, sondern halt auch wirklich so, mein war ja Tech Speed gewesen. Natürlich muss ich ja gucken, was ich bekomme, ne, ich kann jetzt nichts garantieren. Soweit vor 1.15. Do your thing. Ah. 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 Ich kann das machen. Ich bin dumm und blind und blöd und wahr. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Das ist der erste Schritt auf meine Weg zu der Reise. Was sagen Sie, Mann? Ich kann das so machen. Ich bin dumm. 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 Hier Infiltrator, beziehungsweise Mecha-Pilot. Erhöhte Spellpower hört sich da schon ziemlich juicy an. Pong. Puff, alter. Das ist alle mit C4. Ich glaube, ich gehe doch für den Rumble. Nee, Ari macht gerade mal Sinn. So, das gefällt mir. Ja. Primary Direktor, kill. No. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 high-risk. hat mein tee nachgefüllt ist meine zigarette in der zwischenzeit komplett abgebrannt hat du von der hälfte ist die gerade nichts mehr ist auch das ist doch scheißegal was ich bekomme das ist halt ein funwender der eine einzige hier hat sich halt tatsächlich das ding genommen also ich glaube das war nicht von wright so intended dass du da diese beste mit dabei hattest aber gut von wright war auch intended dass 2020 der klient flawless funktioniert so spät ist nichts gewesen sag ich nur so ein level muss es auch aufbringen für rumble damit er rauskommt so Bunk. 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 Von your dust all things are possible. Danke, Jin. Bunk. I was sure, Dolly. I was like, don't you T 근데 with my heart though. Wir könnten sogar wirklich dann noch Sorcerer auf Stufe 8 noch weiter hoch treiben. Dann noch schön Vel'Kos dazu oder so? Ich könnte ballern. So, und jetzt noch ein Rumble mit hier dazu. So. 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 wie bescheuert einfach dieser mac ist der ist so dumm das ist einfach nicht normal ist nicht da war ja predator beim letzten set geballen style station so 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 Das war's. Ja, der hat gebührt, der dude. Ich will lieber trotzdem mal hier mit hin haben. Ich will trotzdem mal hier mit hin. Ich kann auf jeden Fall bald auch Power rollen. Und zum Beispiel noch den Fist zu bekommen. Die sind aus wie hässliche Cockpus, die Viecher. Meine Potenzial ist limitlos. Ich bin Zellie. Was ist dein Name? So, der müsste jetzt Stufe 2 sein, ne? Ne, das war auch noch Stufe 1. Wie wird er denn Stufe 2? Ist meine Frage. Hat er denn vorhin legit gegen den Geron gekämpft, da Stufe 2 war? Ja, der aktiviert sich dann 2 mal der Geron. Wie gestört ist das denn? Ja. 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 Ich bin Zoe. Ja, ich bin Zoe. Was ist dein Name? Sohriya! Ja, ja, ja. Ich bin Zoey. Was ist dein Name? Ich werde die Stärken defendieren. Ich werde die Stärken sehen. Ich werde die Stärken sehen. Ich werde die Stärken sehen. Amen. 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 Na, Frosty ist schwer zu besiegen, oder? Der hat der sehr solide Comp. Hat halt chrono, ne? Wahrscheinlich voll gesteckt. Yo, voll gesteckte chrono plus sniper. Aber das habe ich mir schon am Anfang gedacht, dass das halt ziemlich GG sein wird. Ah, naja. Hätte man ja nicht absehen können. Und trotzdem kann ich mich einfach nicht beschweren, weil... Theoretisch habe ich gerade einen Awesome Run. Also weg, legit. I will defend the stars. Okay. The future hurts, doesn't it? Ich will die Knapper für ihn, ne? Ich möchte dich nochmal anmerken. I will defend the stars. Ich kann das machen. Der Mac. Der Mac. Ich werde sie versuchen, mich zu verhören. Alter. Sorry, aber ich will den Mac jetzt richtig abusen. Ich will den Mac. Jetzt hat sich irgendwo rausgegesehen. Ich will den Mac. 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 We're in Kha'Zix. Strike from above. Shark! Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich kann mich nicht helfen, wenn ich meine Dinge mache. Ja. Ich würde mal sagen, Theorie bestätigt. Magpilot ist absolut brainbusted. Also die Scheiße muss sowas von genervt werden, das ist nicht normal. Es ist legit nicht normal. Das jetzt am Ende war von ihm gut nochmal taktiert. Ich habe halt dann einfach nochmal auch meine dreien umgestellt, aber das ist normal, dass man das in so einem Finale macht. Aber alleine der Weg dahin. Ja, ich hatte Glück, dass ich diese Runde sau viele Duplikate dann bekommen habe, dass meine Strategie aufging, weil ich war lucky. Aber ihr habt ja wohl, glaube ich, auch gemerkt, so dieser Twist, dieser Turn, der kam in dem Moment, wo alle drei Mech-Piloten versammelt waren. Und das Ganze habe ich halt einfach noch untermauert durch diesen Sorcerer-Bonus, den du durch den Star-Gardin bekommst. Die Star-Gardins an sich her bekommen Mana noch dazu, weil sie Star-Gardins sind. Ähm, das hat einfach synergiert. Es ist halt einfach legit dumm, wie viele Ressourcen du brauchst, um diesen Garen down zu kriegen, wie sehr du das abusen kannst, dass dieselben Items getrennt gelten, einmal für Garen Mech und einmal für die Piloten als Einzelnes. Das heißt, du kannst halt sowas wie GA komplett abusen, was mega shittiges ist. Allein das müssten die entfernen, weil das, das, nee. Das ist einfach viel zu broke, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ich werde auf jeden Fall noch eine Aufnahmesession machen. Für heute ist jetzt mal Schluss. Äh, ich denke mal, so nächste Woche kommen dann auch wieder die drei Videos im, äh, jeden zweiten Tag-Rhythmus, also Montag, Mittwoch, Freitag, äh, so wie ich das ja früher auch schon gemacht habe. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, liebe Freunde, haut rein! Bis dahin, liebe Freunde! Bis dahin, liebe Freunde, unditat. Bis dahin, liebe Freunde! Bis dahin, liebe Freunde! Bis dahin, liebe Freunde. bis die Gute von Kolsch unterneige Musik gula ist. Bis dahin, liebe Freunde! Bis dahin, liebe Freunde, ich weiß noch nicht, ganz egal.